Bayern gegen Leverkusen, wir haben Manuel Neuer im Tor, Upamecano und Minge in der Abwehr, das glaube ich nicht, Sascha Bowie, Startelfdebüt, Goretzka, Pavlovic, Goretzka, Doppel 6, ok, und warte was, Eric Dier spielt auch, Sané, Bowie, Masraoui, Musiana und Pavlovic, Kane, Bayern spielt 5, 5, 2, 3, 5er Kette mit Upa, Minge und Dier, dann Bowie und Masraoui auf den Außen, Sané, Musiana, Kane vorne und Pavlovic, Goretzka auf der Doppel 6, was ist das denn?